und willkommen mein name ist brony rt und ich bin mario bros da wir begrüßen euch zurück zu bro forst beim letzten mal haben wir land 7 und 8 befreit jetzt jetzt neun und zehn an den kranken das ist irakistan ja ich scheiße auf irakistan macht sie zu amerikanern okay was immer sie sagen ob man dann kann man ja wo ist unsere bezahlung übrigens fragt später noch mal nein da gehen kommen wir an sagen dann hoffe ich zu was euch machen ich bin gestorben ausgerutscht das kann passieren ich möchte von ihm weggeblasen werden nein ich zuerst aber aber freunde es ist doch genügend was für alle da was ist da gerade passiert oder nicht ich krieg mal darüber habe ich nicht mit vorhin die kreiswägereien so oh oh was machst du da oh ja ja mit gut wieder auch einfach nicht nachladen wie in echten actionfilm doch mal rein ja ich glaube die sind selbstmord gefährdet nein lokale ist zum leben aber was das bank die märkarte hat sich irgendwie in erinnerung ja sechs jahre ist 2016 denn ich bin meiote sind zu dritt ich habe keine chance jetzt soviert sogar und da sterben einige dann check beim verjetzt und ein brauer bestatt jetzt hat ich habe keine ahnung ich kann die zeit verlangt haben und sich bewegen ja ich kann mich bewegen aber halt auch verlangen ich habe schon wie ein checkpoint crash auf die checkpots kaputt zu machen wenn untergeschobst nein amerika weiter sie für amerika ist ein gutes amerika nein auf dem kopf gefeiert aber und da wäre ich meine schon wieder erschlagen worden ist er einig für spät aber ein bisschen einfacher zu zweit so ein ganz kleines bisschen oh ich springe auch noch genau rein und schon wieder von dem fass erschlagen ich weiß ich war auch schon an diesem punkt also jetzt werfen sie schon mit gas hängen unverschämt ja was glauben die eigentlich besser sind was glaubt ihr wo wir sind bei der wohlfahrt aber ja vielleicht noch weggegangen weil ich das nicht von der ferne angreifen kann wo bist du ja nicht überhaupt fliegen also kann sich da fliegen kannst du irgendwie so ein bisschen gleiten glaube ich nein nein man flex okay da kam eine säge aus dem weg dafür wusstest das habe ich nicht gewusst ich kann das spiel aber gar nicht ja 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 ich bin kaputt hier hallo seiten denken ich gehe mal du bist gar nicht am hängen nein war ich nicht eine manche langsamer mal ich bewege ich glaube ich noch mal schnell nicht ja auch wir können es normal schnell bewegen die gegner aber aber kugeln sind auch ganz schön schnell leider ein ganz nach hause auf den runter sie bin ich gestorben durch schüsse ja hier kann man nicht wie kann man nicht damit hätte klappen können hätte fahrradkette und erst mal kaputt da 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 ja lau au au die segen reinge sein kollegen da reingeworfen gestorben da stand einfach nur da so danke ich will einfach nur verstand so aber mache ich jetzt nicht 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 Nein! 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 Boah! Ah! Schon wieder gehört... Ich bin so leid! ich habe diese waffen diese massenzerstörungswaffen die ich muss sie auch benutzen am liebsten gerne mal am leben bleiben ein paar sekunden das ist schon ein ende mann auf der bock auf die länder das boss level auch schon ja okay also werden ja im letzten part sky fortress jetzt habe ich frage mich ob es da irgendwie parallelen gibt man säge müssen der boss überhaupt da oben an der schiene jetzt habe ich gesehen in der mitte ist eine eisbahnschiene okay oh man war ich den da ist ja von everywhere von da 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 säge okay wir müssen erst nach oben ja da weil der busser hat noch gar keine lebensanzeige bekommen ok da kommt dann wieder die säge gleich oder da lang genau ah säge oh welchen universal soldier noch ein neuer mein gott guck mal wie dick meine schüsse sind da kommt schlüsse von hinten da hätte ich bitte hilfe nebster noch nein 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 sie hat durchgeschlängert ah oh 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 Nein! Nein! Buh! Du siehst mich nicht mehr? Ja! Wo bin ich? Oh, ich bin noch im Leben, okay. Ich kann ihn nicht treffen, du kannst sie treffen und dann müssen wir auf die andere Seite. Nein! Komm, erst mal rutsch. Ich sehe mich nicht mehr. Ich sehe mich nicht. Ja, ich mach doch ja kaputt gerade was. Gern ein Gedanke. Aua! Nein! Ja, wir müssen alle Waffen von der Rail Fortress zerstören. Ja. Aber er könnte ein bisschen schwieriger werden. Ja, ich sehe dich. Bäh! Aaaaah! ja aber auch voll ab damit wir nicht erreichen können ja ich kann man nein ich glaube dass man mich retten genauso so wie du auch nein aber hey ich habe die säge ausgeschaltet nein okay ich habe die luft gerettet okay kaputt wenn das ding kaputt machen irgendwie voll lange dauert gemacht gesicht von meinem charakter warum bin ich da oben ja weil du den checkbot aktiviert hast oder unter dir ja der kreuz das ist nicht so gebracht ich habe das auch meine schon dass wir jetzt gar gestorben ist wir sollten ihn erreichen doch keine fernkampf angriffen mit dem na super das ist viel zu bild ich weiß gar nicht ob ich ihn damit kaffee ja du triffst ihn aber halt nur ganz schwach wie soll ich ja da einkommen ja nein schlitz ja hatte real ford das moment mal was habe ich den charakter gewechselt ich hatte den charakter der linke geht also genau ein streck oder auch nicht passiert ja okay wir wissen das ist ganz schön nervig Pissed But i'm there now Uhhh Nein! Nein! Die Geisel Warte mal, der ist eigentlich nicht schlecht. Ich freue mich näher an die Naran Nein! Oh! Wird ihr noch voll erreichen können mit dem Ja Okay, äh Komm mal, du bist Sie schwarzen, nigger! Nein! Was ist so? Ich hab doch noch das Ding gesteuert, man! Okay Okay, vorsichtig Irgendwie kommen wir da nicht hoch Oh nein, ich eher! Der ist so schlecht! Wir sind hier in Amerika! Oh Gott! Oh! Oh! Wohl gar nicht da was noch fallen Der hat mir den Rücken geschossen, der mit der Bastard Ja, wir wissen, dass du Rail Fortress bist Rücken sie rein! Ja! Oh yeah! Ich bin von... ich tue von... automatisch... flexen Oh gott... Baut... Also... Nein, nein, nein... Äh... Na oben müssen wir... Oh ja stimmt! aber bei mir sei vor geglischt gewesen als man längst was james broodog okay okay perfekte zeitpunkt neuen charakter aus zu ja ich habe ich habe ich habe das ist nein 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 wo die gehen colonel james product oder hat ein granatwerfer nein der hat mich davon da auf einmal reich ja ich kann das hier reichen ich auch nicht ich dachte ja kaputt da ist dann schon kaputt auf die andere seite nachher warum stirbten ja nicht mal warum schaffen wir mal nur ein paar vernünftige charaktere da war ich habe die ziele doch dinge ab und mich näher an die naran die herr nicht dann jetzt einfach von hier unten ab da war ja du meine kunden mit denen seine kollidiert aber in der mitte sind auch noch welche nein jetzt können wir rein was er denn jetzt gemacht aber in der nächsten folge jams wort es wäre schon ein bisschen schwieriger ja gut aber das machen wir in der nächsten folge ok also bis zum nächsten mal und schau